Der Kühlschrank ist leer, der Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Gestern erbt mich auch noch meine Mutter. Und vor der Tür steht der Exekuter mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins. Ein Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. Auf meinem Kopf einen Strumpf von Palmas stehe ich vor der Bank und sage Überfall. Was mit dem Finger im Mantel statt einer Puffen? Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich bluten. Ich schrei Hände hoch, das ist ein Überfall. Und seid ihr nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt, junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Das Böse ist immer und überall. Nach einer halben Stunde bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag jetzt tut er nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben Sie? Ich sag an Hunger und an Durst und keinem Blärer. Ich bin der böse Kassenentleerer. Der Kassier sagt nein, was fällt Ihnen ein? Na gut, sag ich, dann zahl ich halt das ein. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall.